Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, was machen wir heute? Ich hätte gedacht, dass wir heute auf jeden Fall einen neuen Aussichtspunkt holen, einen Raubzug machen und auf dem Weg dorthin natürlich ein paar Schätze und so weiter sammeln. Wir können mal auf die Karte gucken. Also, dass wir hier so lang gehen und dann, ja genau, das Gebiet hier so ein bisschen aufdecken. Genau, dann würde ich sagen, markieren wir uns doch gleich mal. Hier ist ein Rätsel. Dann gehen wir doch gleich mal dorthin. Jetzt können wir normalerweise zu Fuß laufen. Servus Leute. So weit ist es ja nicht weg. Das ist auch dann so langsam unsere Siedlung ein bisschen aufbauen können. Ah, hier ist sogar noch einer. Ich habe den gar nicht gesehen auf der Karte. Ah, der ist hier, okay. Wir holen uns hier auch noch eine Markierung hin. Dann schauen wir mal, was uns in dieser Folge alles erwartet. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. So, 130 Meter noch. Dann sind wir schon am Ziel. Okay, was ist das hier? Ein Altar oder sowas? Mit Opferzimmerflusswels. Okay. Nordische Opfergabe. Morgen kämpfen wir, ich und mein Bruder. Diese Fede zwischen uns hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Ende wird einer von uns über der Leiche des Anderen stehen und unsere Söhne werden Zeugen sein. Gewähre dem Sieg Odin und ich werde meinen Sohn und meinen Neffen zu den besten Kriegern heranziehen, damit sie sich einen Platz an der Tafel verdienen. Okay, wir brauchen... Okay, wir müssen irgendwas sammeln anscheinend. Flusswels. Wir müssen irgendwie fischen gehen oder was? Ich weiß es nicht. Okay, das können wir schon mal nicht machen. Dann machen wir hier weiter. Oh! 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 Okay, die kommen irgendwie ein bisschen buggy vor. Dann habe ich auf jeden Fall das Leder mit. Leder können wir immer gut gebrauchen. Ne, was hat die hier vor? Warum bist du nackt? Weil der kompromisslose Kleidungsverzicht mir Freude bringt. Der ganz nackt ist auch nicht. Meine eigene Sekte, die frommen Nudisten, haben mich verstoßen. Nudisten? Solche, die ihre Haut zum Vergnügen entblößen? Genau. Unsere Haut ist immer entblößt. In der Tradition der Griechen und Römer. Doch manche meinen, ich sei zu enthusiastisch. Nackt beim Gebet, beim Essen, bei der Arbeit, in den Straßen und Eilstuben. Überall. Denn Jesus liebt uns so, wie wir geboren wurden. Doch die Gruppe, die ich selbst gegründet habe, hat mich verstoßen. Ach, könnte ich nur Rache üben und ihre Kleidung stehlen, damit sie auf ewig nackt sind. Okay, gehen wir runter. Schauen wir, was sie hier zu sagen haben. Eine holde Dänen schließt sich den Reim der Befreiten an. Oh, das ist die Kiste, in der wir all unsere Sachen verstauen. Leg deine gerne dazu. Oh, das ist die Kiste, in der wir all unsere Sachen verstauen. Leg deine einfach... Hey! Was soll das? Unsere Kleidung! Lass das! Was soll das die Kiste denn? Was soll das? Nun seid ihr für immer nackt, wie Winchell es wollte. Der freut sich schon. Jetzt werden sie deinen Werten treu sein. Ja, du hast mich gerecht. Wundervoll. Jetzt müssen sie lernen, die ewige Nacktheit zu genießen. Wenn du magst, gebe ich dir eine erhellende Schrift, in der ich schildere, warum man seine Muskeln entblößen sollte. Viel Spaß! Lebe wohl, Winchell der Barbosige. Okay. So, wir haben jetzt hier noch was und da auch noch. Mit 27 Meter. Schau mal, da gibt es irgendwo einen Eingang oder so. 31 Meter. Überblicke das Land, Freundin. Okay, dann nimmst du ihn runter. Ja. Okay, dann nimmst du einen Eingang oder so. 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 Gibt es irgendwo einen Eingang? Hier gibt es keinen Eingang, okay. Ah, hier ist ein Eingang. 90 Meter, 76 Meter. Okay, eine Höhle oder sowas. Vermerk eines Abenteures. Es hat geklappt, dieser gerissene Hund. Ich weiß zwar weder wo ich bin noch wie ich hergelangt bin, aber ich weiß, dass sich ein Schatz in meinem Besitz befindet, der mir einen hohen Preis einbringen wird. Ist das Zauberei? Vermag das Innerste meiner Seele unter dem Einfluss dieses Trankes Schätze aufspüren? Ich muss mehr darüber erfahren. Ich muss meine Lippen erneut mit diesem Trank benetzen. Doch zuerst muss ich einen Ausgang finden. Der Weg durch das Wasser ist zu lang. Also, äh, als ich hindurchschwimmen konnte. Als dass ich hindurchschwimmen konnte, okay. Okay, da ist er wohl verhungert hier unten. Jägerabendschienen. Schauen wir uns doch gleich mal an. Rabenkleinabendschienen. Naja, die sind noch schlecht. Aber klar, könnte ich so hochstufen, aber... Schlüssel versunkener Schatz. Irgendliches Artefakt. Und den Schlüssel. Haufen Questgegenstände. Kostbarer Ring. Warnung des Zauberers. Okay. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein, oder? Kommt man hier irgendwie raus? Da oben, da wird man nie rauskommen. Dann schwimmen wir wieder raus. Okay. 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 Flieg, Freundin. Schön, es auf jeden Fall noch mehr zu geben. Kohle fahren. Ich muss schauen, dass ich wieder rauskomme. Das sieht jetzt ganz gut aus. Coole Sache. Irgendwo muss ein Artefakt sein. Los, Coole. Na, okay, hier ist was. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Na, da wollte ich nicht rein. Okay. Okay. Schatzwortkarte. Okay, sehr schön. Dann geht's weiter. Gehen wir einmal hierher. Und dann hier rüber. Okay. Okay. Das Pferdchen. Das ist immer ein bisschen schneller. Na, im Berg, da kommt er nicht schnell hoch hier. Ja. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummeln. Okay. Okay. Ja, nix denn. Ja. 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 Da noch was. Damit er immer da hinschmeißt. Verstehe nicht. So, nur noch her. So, nur noch her. So, nur noch her. So, nur hier. So, nur noch her. So, nur noch her. Ich bin der Körner, ich bin der Körner. Ich bin der Körner, ich bin der Körner. Na? Ah, kann er nicht. Okay, jetzt. Runtertauchen? Achso. Okay, alles klar. Schauen wir mal ein bisschen ins Haus rein. Ah, Vorräte ist ja schön. Hier geht die Tür mit Lappen verschlagen hier. Okay. Okay. Okay, wir schauen jetzt mal zum zum Synchronisationspunkt und ich nehme gerne das Material hier mit. Okay, weiter geht's. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Okay, baby. Okay. 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 Die mal herkommen. 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 Ja, ich muss schon sagen, das Nordische hat mir schon ein bisschen besser gefallen jetzt, wie jetzt hier aktuell. Aber vielleicht wird sie noch. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter. Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schir zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder. Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Du brauchst ihre natürlichen Feinde. Eine Katze bräuchten wir. Guck mal da nicht rein, oder was? Hier ist auch zu. Tür verschlossen. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Da hinten. Schau mal, vielleicht kann man da was machen. Verdammte, verfluchte, elende Ratten. Kusch, kusch, bleib meiner Burg fern. Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freya der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freya? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Sie ist eine Göttin, ähnlich wie du, der treue und mächtige Katzen im Kampf helfen. Zeig deine Krallen, gute Frau. Oh ja, mächtig, das sind sie allemal. Und ich bin ihre Göttin. Wenn du willst, nimm diesen Schlüssel und sieh sie dir an. Meine süßen Kinderlein. Los jetzt, hol die Ratten weg. Schauen wir mal, ob das jetzt erledigt ist. Katzen sind heilige Wesen und bewahren das Gleichgewicht. Dein Rattenproblem ist Geschichte. Freya, sei Dank. Eigenartig, dass miauende Katzen mein Gemüt so beruhigen. Nimm diesen Schlüssel. In meinem Haus sind einige Güter. Bitte, bedehne dich. Okay. Dann können wir jetzt auch hier rein. Ja, Vorräte, sehr schön. Okay, sehr schön. Schauen wir mal hier. Die werden sofort angreifen. Kram. Kranterbrück. Oh, Schlange. Köcher voll. Die kommen wieder weit hoch. Die kommen wieder nicht hoch, oder? Die kommen wieder hoch. Die kommen wieder hoch. Diecke. Meine Grüße. Ah, okay. Mist, viel ist das. Aber da kommen wir gar nicht rein, oder? Okay, da muss ich auch so rum. Ich muss sehen, was du siehst. Okay, da muss ich ja vorne um ein Tor rennen. Weil da kann ich nicht rüberklettern, das geht nicht. Hey, aber... Gott, verleihe mir Sterben! Was willst du tun? Und... Oh! 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 Was ist das? Der Herr wird uns ein Sieg bringen! 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 Aufmachen können wir hier nichts! Der Herr wird uns ein Sieg bringen! 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 Das ist nur dein Leben. Bleib stand, Raph. Lang wird es nicht mehr dauern. Ja, die Schilder schütt Menschen hier. Kann schon mal das Ausdauern. Kommt von den Seiten, strengt euch an. Ein bisschen Essen wäre aber nicht schlecht. Kann man irgendwas looten? Na ja, das geht eigentlich schon. Nein, den Rest auch noch platt machen. Du bist gut. So. Oh. Oh. Kommt von der Seite! Stirb! Feucht mich! Ich führe euch! Stirb! Da kann ich jetzt irgendwie rein? Das geht nicht. Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir das Artefakt jetzt kriegen. Du hast ja vollstürzt. Du hast ja vollstürzt. Du hast ja vollstürzt. Was ist das? Oh, noch so viele So, sollen wir mal gucken Hier scheint, ah, das ist der Eingang Von der Höhle gewesen, okay Wie zum Teufel kommen wir hier unten rein Wir müssen irgendwie durch die Falltür durch Na, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wir müssen probieren es nochmal Irgendwie muss es doch einen Weg geben Können wir irgendwas übersehen? Sperrgebiet, okay Ransetzen können wir es nicht Aber brauche ich da irgendwie Ein Skill dafür? Kann ich aber auch nichts machen Keine Ahnung Jagdpfeile Da oben ist doch aber auch nichts mehr Das ist schon hier in dem Haus Aber wie komme ich da rein? Gut, Leute, ich würde sagen Das machen wir an der Stelle aber eine Pause Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme Und natürlich schaue wir in der nächsten Folge dann weiter Wie es weitergeht Wir werden schöne Nebensachen machen Gut, Leute Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Ciao, ciao, reingehauen Euer Andi Gut, Leute